Oh! Da oben sind die Eiskrieger. Die Eiscreature. Creature. Die Eiscreatures. So, die bedienen sich da, meine ich. Kann ich mal auf schneller schalten. So, ich hoffe, dem sein Fisch wird dann auch relativ schnell gelagert. Am besten baue ich noch eine zweite Fischehütte, damit ich dasselbe wie vorhin passiert, dass dann alle verhungern. Hier hin. Weil das war ja eine Riesenpanne. Sie anfangen zu verhungern. Sie können doch nicht einfach so verhungern. Die Eiscreature. Wie ist der Weg? Die Läufterei. Kann da nicht gebaut werden. Muss der Weg da weg. sorgfältige planung ist für sowas immer gut denn was fruchtstein habe ich ja noch da das muss mal weg bäcker mann für bau stein ich will das da weg haben da oben ist sehr viel also stein quader kann ich natürlich nicht aufbringen gerade so olaf kann da oben holz sammeln da unten kann auch holz sammeln in dem ich mal den weg hier bis dahin macht hoffe der fällt das auch so sich hier äh tut jette das fällen so da ist auch da hinten in der erster hinten in dem bereich die da unten sind auch in dem bereich hier unten sollte der noch gebaut werden kann ich da eigentlich noch an was da was bauen oh jetzt habe ich außerdem das schneller gemacht das große lager da muss noch etwas weiter petri heil du hast dir einen piratenkopf schon cool leute ich kann damit einfach nicht mehr die musste einfach weg aber wir brauchen einfach diese steine kommt der stein mit hin gut die mühle ist hier so kommt da der weg runter eine solide nahrungsversorgung da deine wikinger stets hungrig sind brauchst du eine gute nahrungsversorgung wild und fisch sind meist nicht endlos vorhanden daher solltest du rechtzeitig eine nahrungsproduktion aufbauen die deine wikinger auch langfristig versorgen kann eine möglichkeit hierzu ist die herstellung vom brot dazu errichtet man eine farm das getreide für die mühle liefert die mühle wiederum malt das getreide zum mehl das dann in der bäcker als ihr brot verarbeitet wird ich hoffe der bäcker braucht nicht wasser so wie in links siedler vier dann habe ich vielleicht ein kleines problem weil die sind hier mit dem ding noch nicht ganz fertig ähm wie steht's denn hier schlafen da nur zwei drin wenn ja dann sollte ich mal also sollte wieder ein paar sozialgebäude bauen also wohnhütte die wohnhütte kommt noch da unten dann kommt noch eine wohnhütte irgendwo hier hin am besten da so erik erik der rote so er ist ein gebiet bis auf und nach da ganz hinten ausgeweitet okay ich hoffe der läuft da auch hin und so und ich wäre dafür dass ich ein lager da vorne hinschmeißen oder sollte ich ein großes lager vielleicht bauen da hier kommt das lager hin so dann die mitte das holz macht mir ein paar probleme oder eher gesagt nicht probleme sondern macht mir Sorgen oh das sind wieder ein paar Dings da ein paar Wetzlinge Dings ich meine die Äste werden dazu produziert warte mal nee es braucht Holz okay aber beim Hacken also beim Holzhacken kommen ab und zu Äste raus das haben wir ja gesehen wert wie lange ja mehr lager ist ein größer beweglich je kann bewege ich Kampflager durch die Waffen Kampflager Kampflager können weiterziehen größer bewegliche Kampflager ich hoffe ich hoffe also dort oben die Bäckerei Ware fehlt Holz okay Ware fehlt Steinquader Also ich hoffe, der macht hier, äh, Grelot, da, Skorri, du bist der Steinhauer. Okay. Ja, der haut da den Stein dann raus. Und Grelot, die bringt den Stein dann da hin. Okay, das ist zum Lager. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Aber Steinquader fehlen. Die müssen da noch den Fischer bauen. Ich wäre da noch mal, also ich wäre noch hier für einen. So, ich hab hier die meisten... Oh, er braucht Steinquader, okay. Die Farm. Wir müssen in etwas höhere Gefilde eindringen. Ich wäre auch hier für den Kurier dann, also da. Moment, hier ist das Sozialbereich. Ich will das nicht zu nah da hin bauen, weil ich Angst habe, dass die dann angreifen. Ich war euch hier sicher, warum hab ich den Kurier abgerissen, aber ich hab da nicht so viel Platz. Ich habe vorausgesehen, dass ich da nicht so viel Platz haben werde und darum... So, da kommt noch ein Lager hin. Ein Narr, oder eher gesagt, ein Narr. Ich habe viel zu viele Bauprojekte. Da unten steht Walna dran. Das müssen sie auch fertig bauen. Ah ja, okay, den haben sie jetzt fertig. Dann bauen sie da mal ein Lager. Dann baut mal hier hinten das Lager hin. Ware fehlt, Ware fehlt, Ware fehlt. Der hat Hunger. Versuchen sie sich jetzt einen Busch. Dann sind sie Portalwächter. Oh oh. Gunnar. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Baut ein Armeelager. Schnell. Do it now. Ich habe keine Ehre. Oh nein, jetzt kommen die auf die Idee zu kämpfen. Oh je, oh je. Das wird nicht gut enden, sage ich euch. Oh. Die hat eine Axt. Komm, schlag den Tod. Komm, schlag den Tod, schlag den Tod. Komm, schlag den Tod. Komm, schlag den Tod. Komm, schlag den Tod. noch übrig habe aber die Farm braucht immer noch einiges und wir sind bei weitem noch nicht so weit dass wir da irgendwas machen können müssen irgendwas ich habe keine Ahnung die können das wenigstens am Feuer chillen wenn die hier weiterarbeiten braucht alles klanken verdammt wir können das Hungerproblem lösen also das das ist ja Hungerproblem ist nicht vorhanden wenn wir haben hier Bruchstein und wenn hier mal unser guter Steinmetz auf die Idee kommt weiter Steine zu produzieren also geschlagenen Stein das hat ihren Ast und jetzt keine Ahnung was damit machen soll da kommt ihr fein der aus noch mal okay war für Speer fehlt habe ich einen Kurier nein ich habe kein kurier habe ich Lust ein kurier zu machen ja habe ich so na endlich alles fertig so müssen wir warten bis das Weizen wächst okay 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 wir verlagern das Lager wieder nach unten damit die anderen hier ihre Waffen machen können doch bei Feuerstein brauchen wir auch dafür und die haben ja keine Waffen keine ordentlichen mal zumindest das war der Bäcker der braucht noch geschlagenen Stein so währenddessen können wir ja ein bisschen was produzieren wie viel ist eigentlich am großen Lager hat es oh okay ich sag nichts ich sag nichts das war das war ich so oh So, ein schöner Plausch. Ein Plausch-Pläuschchen mit einem anderen ist doch was Schönes. Zumindest mit einem anderen Wikinger. Moment mal, der Steinbruch hat sich jetzt mittlerweile nur noch auf dieses Gebiet bezogen oder was? Oh Mann. Da kommt das Lager hin. Gut. Gut. Das war's. die Kinder eine Art und auch noch ein Alkohol und bei der Einladung und erhebte die Kinder und wir doch was zu essen Prozent okay ist der Bäcker endlich fertig? Holz, Mehl, er braucht Mehl. Wikinger verhungert, ok. Beeren habe ich auch keine mehr. Geil. Ich brauche mehr Lager. Eindeutig. Ich brauche mehr Lager. Eindeutig. So. Oh, Fisch. Da ist Fisch. Ok. Der Jäger muss wieder jagen. Die oben haben, meine ich, genug. Noch. Der hat auch Hunger von... Hunger war viel zu hoch noch, also... Oh, sein Hunger geht aber runter. Oh, er macht Brot. Geil. Soll ich denn noch gucken, dass ich vielleicht eine zweite Farm irgendwie bauen kann? Ich habe hier auf die falsche Tasse gedrückt. Habe ich jetzt auf Q gedrückt, statt auf was anderes. Alter, statt auf R. Ähm... Okay. Mehl wird da nicht gelagert. Wo wird Mehl gelagert? Wäre dafür noch einen zweiten Kurier zu machen. Wäre dafür noch einen zweiten Kurier zu machen. Ja. Wieso kann ich hier oben keinen Kurier... Und da ist einer zerfallen. Verhungert. Und da ist einer zerfallen. Verhungert. Wieso ist das? Wieso? Jetzt haben wir noch Angst. Ohhhh. Ganz toll. Die produzieren zwar Brot, aber das bringt mir relativ wenig. Dann kommt er da hin. Prozent ich hätte gleich am Anfang schon anfangen sollen damit Prozent 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 ungern der Wikinger bringen mich nicht Prozent machen wir noch ein Armeelager das hier zieht nach oben und er hat einen so hohen Hunger Wert... Okay, jetzt geht sein Hungerwert runter. Ich hab beispielsweise noch Fisch. Ich weiß nicht, ob ich das Portal jetzt öffnen sollte. Bevor die das hier fertig gebaut haben. Oder hab ich so aus wie Fell überhaupt noch? Ja, ich hab noch genug Fell. Komm, bevor die da oben noch sterben. Wundschlüsse, Mehl. Alles. Mehl. Hier wird... Brot in Massen hergestellt. Die können doch gar nicht mehr hungern. Okay. Dann verlege ich das Lager wieder nach unten. Wenn die an sich hungern und sowas, dann sollen sie jetzt hier unten... Brauch ich... Wo ist der Stein? Ich... Wikinger anfordern. Würde ich gern machen, aber... Dahin. Go. Geh dahin. Farm. Hab ich ne Brauerei? Brauerei hab ich hier nirgends. Egal. So. Wenn ihr Hunger habt... Dann geht da hin... Und holt euch ein verdammtes Brot. Da liegen nicht umsonst 10.000 Stück rum. Schück. 10.000 Stück. Hungert. Wikinger hungert. Seid ihr bekloppt oder wat? Ihr sollt doch diese Scheiß-Armee-Lager da bauen. Komm. Weiß ich das ab. Dann hab ich keine Verwendung mehr für. Vielleicht kann... Kommt endlich jemand daher... ...und verdammte Lager zu bauen. Warte. Na endlich. Ich brauche neue Rekruten noch dann. Oh man. Oh man. Ich weh schon. Wenn ich das mach... Oder das Projekt groß mache, dann ähm... Wir werden wahrscheinlich eh wieder die Hälfte ab. Oha. Wir werden wahrscheinlich eh wieder die Hälfte ab. Oha.